Musik 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 Ich bin heute hier, um für eine Verkehrswende, Mobilitätswende einzutreten. Ich finde es problematisch, dass im Individualverkehr immer noch so viel Platz eingeräumt wird. Ich bin hier, weil ich Angst um meine Enkel habe. Ich bin hier, weil ich finde, dass der Mensch über seine Verhältnisse lebt, dass wir uns weiter reflektieren müssen, weil wir sonst die Natur komplett zerstören und das ist unsere Lebensgrundlage. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020